Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schließlich habe ich ja hinten keine Augen, also kommen Sie schon Nein, hinten hat sie natürlich keine Augen Das ist doch nicht möglich Verdammte Schweinerei Wieder eine Reparatur Tja, schließlich hat man ja hinten keine Augen Kann man wirklich hinten keine Augen haben? Das ist natürlich was anderes Mit einer Bosch-Rückfahrleuchte können Sie auch nach hinten sehen Und damit sieht die Sache nun so aus Alle Bosch-Leuchten dienen dem Grundsatz Fahre sicher Mit Bosch Fahre bequem Mit Bosch Fahre gut Mit Bosch Mit Bosch Mit Bosch Mit Bosch Mit Bosch Mit Bosch Untertitelung des ZDF, 2020